Hallo meine Lieben, hier habe ich wieder ein interessantes Objekt für euch. Das ist für Leute interessant, die gerne in Alanya Aufschaularvas haben möchten. Das ist von vielen Deutschen sehr beliebt, also fast nur Deutsche dort in der Gegend, also Mehrzahl Deutsche. Und warum? Ja, weil sie dort in den großen Hotelzimmer Urlaub machen und es in der Nähe vom feinen Sandstrand Injikum ist. Wie schon oft erwähnt, Injikum übersetzt, bedeutet feiner Sand. Und hier ist der Eingangsbereich, hier ist die Hauptstraße. In der Nähe gibt es Banken, Geschäfte und auch das Meer ist in der Nähe etwa 12-13 Minuten zu Fuß. Ich zeige es euch gleich mal vom Balkon. Man hat minimal mehr Blick. Man sieht das Meer, aber nicht so sehr. Für 67.000 Euro bekommt ihr diese 120 Quadratmeter Wohnung. 120 Quadratmeter mit Balkonen. Hier haben wir das eine Schlafzimmer. Hier haben wir eins von zwei Bädern. In dem Fall mit Wanne. Hier haben wir das andere Schlafzimmer. Und in diesem Schlafzimmer haben wir nochmal ein Bad. Hier ist das andere Bad etwas kleiner als das Hauptbad. Und wir haben zwei Balkone. Ein Balkon wird mit diesen Rollos versehen. Und dort seht ihr auch minimal etwas das Meer. Und die ganze Gegend. Der Preis ist mit der Ausstattung. Deswegen, also wer eine schöne Wohnung haben möchte, in einem ordentlichen Gebäude mit Pool, der kann sich hier melden. Nebenkosten sind 200 türkische Lira für Poolreinigung, Aufzugskosten, Treppenhausreinigung und Gartenarbeiten und hier der andere Balkon. Hier sieht man, wie weit man es zum Strand hat. Etwas, wie gesagt, um die 10 Minuten rum. Also, wer Lust hat, meldet sich. Hier die Aussicht zur anderen Seite. Eine schöne Aussicht. Auf der anderen Seite ein bisschen das Meer. Und eine schön große Wohnung. Für 67.000 Euro. Voll ausgestattet. Hier der Gangbereich. Hier die Zufahrt. Und der Pool. Es ist dieses Gebäude hier. ca. 13 Jahre alt. Wer Lust hat, soll sich melden. Hier nochmal zum Strand. Und da gibt es auch einen kleinen Hafen. Restaurants, Hafenrestaurants. Tolle Möglichkeit, so zu leben. André Urlaub machen. Sein ganzes restliches Leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten interessanten Objekt. Bis zum nächsten minor 보여드릴게요. Bis zum nächsten... Bis zum nächstenannedten Wiederholen. counting of to inhabitisch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020